Kannst du mal zwei, äh, TIN zu ner, zu ner Platte? Ja, okay, oder so. Achso. Ähm, ich guck schon mal in der Wüste rum. Ja. Oh, soll man gleich zusammen gehen, oder soll ich? Ne, 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 mach ruhig schon mal. Weil dann hab ich ein bisschen was zu machen hier. Guck mal, dass ich hier noch ein bisschen nicht geschissen krieg. Ach, hier sind die, die anderen Bricks, warte, hab ich die auch noch hingeschmissen, die Lehmdinger. Ach, Mist, ich hab nicht drauf geachtet, wie viel Uhr es im Spiel ist. Wo ist die Sonne? Oh, scheiße. Willst du gleich Nacht wieder? Ja. Toll, Peter. So, dann schmeißen wir erstmal das weg hier. Boah, hier sind nur tote Büsche. Und ungeladene Chunks. Ach, guck mal, da sind die ganzen Charts. Und ungeladene Chunks. Aber on must, also wenn wir die mal brauchen. Da muss ich nur ganz schnell in der, in der Wüste rennen, dann klappt das. So. Oh, blaue Blumen. So, ich werd mal meinen Zauberschab in die Hand nehmen. Ist doch geil, dass ich mit meinen ganzen Sachen hier einfach auf Wanderschaft gehe. Peter nimmt seinen Zauberschab in die Hand. Da kommt Feuer raus vorne. Er ejakuliert heiß. Also, aber schade, dass da kein Licht von angeht. Ja. Ah, hast du jetzt schon welche? Ne, ich noch nicht. Ne, der Heiko mein ich. Ne, ich brauch noch hier die Bricks hier noch. Achso, jetzt, warte mal. Ach cool, mein Lösch. Achso, du meinst die, die, die fetten, die Alloy Bricks, das? Ne, ganz normale von Clay. Achso, die Neuen haben nicht ausgereicht, was? Ne. Von der Clay, so. Ja, warte, muss ich die wieder da reintun? Na, Kür, na? Komm, wer da kommt? Der Junge mit dem Zauberstamm. Hab ich den jetzt reingetan? Mich blöd. Den Clay? Ja. Den hast du in die Sortierkisten, den hab ich. Spinne! Achso, okay, alles klar. Boah, die armen Schweine, ganz verlassen auf so einer Insel, die sechs Block groß ist. Also in der einen Wüste war schon mal nix. Gar nix? Ne, aber ich seh da hinten ne Wüste und ich glaub, da leuchtet auch direkt so ein Ding vorne an. Ne, doch, in diesem Pilz. Boah, die, man hört da nicht permanent nur das Geräusch der Kisten, so. Geil. Mit dem Stab kann ich direkt die Hühner grillen. Siehste? Ich, ich, ich trage noch was bei mit dem Stab. Ja, nur was kostet, den wieder aufzuladen? Nicht so viel. Ne? Ne, da brauchen wir einen, so'n, so'n Magie-Ding und dann noch so was. Okay. Ach, Mist, das war gar keine Wüste. Das war ne Eisschneise. Ich hab dir Ziegel da reingelegt gerade, Heiko, ne? Vier Stück. Ah, cool. Aber ich, ich pack die in den Electric rein, weil dann kommen da immer zwei raus. Oh, fuck. Oh, fuck. Mhm. Warte hin? Hier ist irgendwie nur Schnee. Da sind doch diese kleinen Leuchteblumen, ne, Heiko? Ja, genau, muss man, ja. Okay. Kleine Leuchteblumen. Ja. Ja. Also jetzt passt jetzt. Sind wir fertig. Oh, da hinten ist ne Minivüste, da ist aber nix. Ach, haben wir jetzt gleich den Block aus? Ja, haben wir schon. Fliegt los. Mein Gott, wie weit man, wie, wie, wie man den, den Ding jetzt, diesen Carbon-Dust kriegt, ey. Hast du das gerade gemacht, oder was? Ich? Ne. Das brauchen wir auch noch. Schade, oder? Aber nur eine brauchen wir. Eine. Coal-Dust, wie, ja, ach so, brauchen wir nur da hinten durchdrücken, auch die Coal, oder was? Ja. Ich glaube, da hätte ich lieber in die Hölle gehen sollen, ey. Oh, hier waren wir schon mal, da sind zwei Öfen von uns, cool. Stirb, du Huhn. Ach, wieder eine Feder. Ein Carbon-Plate haben wir irgendwoher. Ja, eben, wir brauchen nur noch eine. Los, stirb, stirb, stirb. Verbrauchen wir dafür nochmal alles. Also, verhungern werde ich erstmal nicht. Ach so, ja, Coal-Dust. Hast du schon Coal-Dust? Mhm. Dann gehe ich mal Coal-Dust machen. Coal-Dust. Oh, Creeper. So, wie viel brauchen wir von dem Coal-Dust? Was mache ich nur, wenn mein Jetpack ausgeht, ey. Vier Coal-Dust brauchen wir, ne, acht. Bisschen blöd. Ich glaube, ich laufe genau denselben Weg, ab dem wir mal gelaufen sind. Ma, warum machst du das denn? Ja, weil ich doch nicht mehr wusste, wo wir hergelaufen sind. Aber egal, kommt gleich. Irgendwo wird hier was kommen. Oh, wie lang der Mace-Rator braucht, ne? Regt er dich auf? Ja, das ist schon, also... Ne, da hat man keinen Bock drauf. Ich laufe mal zwischendurch hier so eine Runde wieder. Guck, was hat der Heiko hier gebaut? Was da so abgeht, so... Zwei Coal-Dust. Ich baue ja nur acht, weißt du? Cool. Also, es läuft. Ja. Aber wir bauen ja gerade den schnelleren Mace-Rator, dann geht's danach ab. Weil das ist ja kein Zustand-Thema mit dem Ding, ey. Weißt du, da ist bestimmt nur so eine Kaffeemühle mit Elektromotor dran. Ja, mindestens. Die dann mal zwischendurch an so einem... Am Stück Kohle vorbeischrappt. Obwohl, Kaffeemühle mit Elektromotor, die möchte ich gerne haben. Gibt's sowas schon, Peter? Vom Prius an Elektromotor. Oh, warte mal. Warte hin? Unter Wasser sehe ich gerade was leuchten, da muss ich runter. Hä? Jawolle! Der Peter findet jetzt bestimmt eine Kiste mit dem Mining-Laser. Mit der Portalgun, dann bist du aber abends dran. Das ganze... Ja, das machen wir nächstes Mal mal. Dann laufen wir mal hier rum und... jeder in eine andere Himmelsrichtung und dann suchen wir Kisten. Haha. Ich meine, die gibt's ja hier öfter schon mal, ne? Mit den Tempeln da und so. Ja, eigentlich schon, ne? Oder auf einer normalen Map hatte ich wirklich schon mal eine Portalgun in der Kiste. Krass. Ich glaube, die haben aber geschrieben, unter einem Baum so eine Kiste. Da kann eine Portalgun drin sein. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber... Ja, die Zauberbäume sind das. Wo Spinnen-Spawner drunter sind. Okay, ich hätte mir ein Boot bauen sollen. Schwimmst du sehr weit, ja? Wieso flackert der so hier? Weil der arbeitet, Mann. Arbeiten tut der. Ist aber komisch. Was? Wenn er arbeitet, flackerst du da nicht? Nee, ich flacker doch nicht. Flackerst du dann? Nee. Ist das normal, wenn man dann flackert? Guck mal, wenn wir den, ähm, das Meer ja abpumpen, ne? Nur mal so als, als... Ja. Einfach mal so gesagt. Ähm, da ist ganz viel Sand drunter. Rein theoretisch wäre dann da eine Wüste. Weißt du, was ich meine? Ja, dann können da die Dinger wachsen, die du brauchst, ne? Ja, genau. Ja, okay, dann lass dir jetzt eben das Meer abpumpen. Boah. So, jetzt habe ich diesen Raw Mesh. Und den muss ich jetzt hier verarbeiten, ne? Nee, warte mal. Muss ich damit machen? Ach, wenn wir in die Solartechnik einsteigen, Mann, ne? Ja. Weil das ist ja jetzt gerade im Wachstum. Da möchte ich gerne einen Solarhelm, so als Tester. Ähm, wo muss ich das reintun? In den Kompressor? Hast du die, äh, die Ballen da? Ja. Ja, die müssen in den Kompressor. Welcher ist denn der Kompressor? Hinten? Ganz rechts. Boah, wir haben den Kompressor, dann können wir Glowstones machen. Ja, der stand vorhin noch nicht. Cool. Man hat hier voll die Produktionsstraße, ey. Wie der Heiko da abgeht und ich fliege hier rum und zeige nur Wald. Ja, wie wir hier abgehen, hör mal. Guck mal, da schleicht sich gerade so ein Lehm an uns vorbei. Was für einer? So ein Lehm, äh, Klumpen, der schleicht sich hier vorbei. Weißt du, wir stehen hier wie so Idioten und gucken uns da Ding an. Äh. Also ich bin jetzt unter so einem blauen Baum, da ist aber nix. Oder kann er da oben drauf sein? Hast du das Ding rausgenommen aus dem Kompressor? Ja. Ah, okay. Ja, ich dachte gerade, das wäre weg jetzt. Boah, ein Baum mit Spinnweben dran. Warum macht er das nicht? Hä, so? Ne, so, aber... Oh, 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 oh. Halt oben, unten, die Platten und was, ja. Aber das geht nicht. Ja, und die hier muss weg. Und hier rechts muss auch noch ein Ding hin, Carbonplatte. Sehr gut. Da war eine Refined Iron Platte, die hat bei mir keine Textur. Ach so, okay. Ja, und jetzt ist dann... Warte mal, jetzt... Ja, das muss doch weg hier und dann muss jetzt... Ach so, okay, das hat er jetzt bei mir erst geändert. Ihr probiert mich. Da ist der Advanced Machine Block. Yeah. Boah, hier ist auch ein richtig geiles Feld. Hier möchte ich wohnen. Hä? Haben wir jetzt zwei? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist nur ein Bug, oder? Nee, das ist zwei, LOL! Geil, ey! Wieder, wenn wir gerade so einen geilen Bug gehabt. Warte. Also, wir haben, glaube ich, gleichzeitig den Machine Block rausgenommen, ne? Ja. Jetzt haben wir den verdoppelt. Und jetzt haben wir den verdoppelt. Ja, krass. Warte mal, lass das nochmal ausprobieren. Ihr Schweine! Mit dem Macerator jetzt, ne? Damit wir fünf Stück rauskommen. Ja. Das wär's. Das war ja cool, ey. Dupen in Minecraft. Wie, bist du bereit? Ja. Drei, zwei, eins und raus damit. Nee. Ah, schade. Schade. Wenn wir den jetzt... Ja, schade. Aber hat ja einmal zufällig funktioniert. Das ist ja sehr geil. Dann haben wir uns schon mal eins und ein Ding gespart wieder. Ja. Der war doch nicht teuer, oder? Ja, der Machine Block schon. Da weiß ich doch. Ja, geil. Ich glaube, in dem Dorf hier waren wir schon. Also, der muss sich jetzt das aufladen. Der geht, glaube ich, bis auf 7500. Ja, guck mal, der fängt ja schon an. Ja. Ah, guck mal, der hat sich jetzt schon gelohnt, ey. Danach, dann geht der so wup, 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 wup. Ah, ja, das ist doch nice. Krass. Oh, meine Aufnahme ist abgebrochen. Ah, Platte voll? Ich glaube schon. Ja, oder? Nein. Letzte war auch geil, ne? Ja. Spielen wir Monster Hunter. Und dann nimmt ja ein anderer auf und ich habe die Datei noch in Audacity drin, die Soundspur. Ja. Und dann sehe ich, wie Audacity gerade einen Fehler schreibt und die Soundspur weg ist. Nein. So, und dann habe ich gesagt, so, ja, wer sich jetzt wundert, hat im letzten Part von mir keine Soundspur bei, ist, und gekleidert so. Und dann mache ich Outer City auf und dann konnte ich die wieder herstellen. Glück ab. Glück ab. Glück ab, nochmal, wa? Also, ich komme gleich zurück. Ich finde hier absolut nichts. Ja, musst du mal gucken, weil wir ihr geiles gebaut haben, ey. Wir können uns eigentlich gleich einen Induction-Furnace machen, wenn wir jetzt schon den zweiten Maschinenblock da haben. Aha. Ja, das wäre cool. Kann man den nur mit dieser Zange abbauen? Nee. Ja. Ja? Das geht ja kaputt. Ach so, okay. Ja? Oh, weg. Also, der Rotary Macerator, der ist geil. Der macht auch wirklich aus jedem Ding zwei. Das geht ehrlich. Der Block ist ehrlich da. Das ist nicht nur eine Anzeigefehler. Krass, ja. Heiko, bei diesen Bäumen, ne? Ja. Wo wäre denn da die Kiste? Ist die einfach da drunter? Äh, da müssen Spinnenweben und Spawner sein. Ich glaube, nur bei denen sind die Kisten drunter. Unter den Bäumen? Mhm. Oh! Und als nächstes bauen wir den Tunnelbohrer, damit wir auch schön Ressourcen haben. Und jetzt steht er vor, der ist am Ende noch dreimal so schnell wie jetzt. Boah, okay. Ja, das ist geil. Ja, da hast du an den Spinnenweben ist da dran, ey. Dann hat sich, aber jetzt hat es schon gelohnt, ey. Auf jeden Fall, ja. Guck mal, ey, in den zwei Minuten war der fertig, die ist aber mehr geschmolzen als in der ganzen Zeit vorher. So in der ganzen Ära davor. Ja, guck mal, wir haben jetzt 70, äh, Tin-Dust. Ja, man merkt, dass ihr konzentriert wart, weil ich hab von diesem Spinnenwebenbaum erzählt. Ja, hab ich, ja, und was war mit diesem Spinnenwebenbaum jetzt, so tolles? Ja, der Heiko sagt, da drunter sind Kisten, deswegen renne ich jetzt zurück und hole mir diese Kiste. Ah, okay. Und was da drin ist, sieht hier in den nächsten Folgen, nein. Da geh ich nur bei mir hin. Nein, du musst ja eben noch hier hinkommen. Ja, mach ich ja. Ich hole eben die Kiste, rast zurück. So ist halt ja nicht. Also wenn ihr alle noch Zeit habt, wir können auch von mir jetzt noch ein bisschen. Na ein paar Minütchen hätte ich noch. Ja, dann sollst du noch eine Viertelstunde oder so machen. Ja, genau, das passt. Ja. Machen wir noch 17 Minuten. Wom bist du denn? Dass die Investition abgeht? Ja. Das ist die Hälfte. Wir müssen mal noch hier von dem Erz noch was liegen lassen. Obwohl das scheiße ist, das Aluminiumerz kann man damit gar nicht machen. Aber ich habe noch Eisen hier. Ah, ich habe auch noch Bauxiterz. Ja, warte, der Peter soll euch ja auch sehen gleich, wie das Teil abgeht. Ja, warte, ich gehe eben zu dem Baum, dann bin ich 390 Meter entfernt. Also er geht relativ zügig. Ja. Ich muss nur gucken, wo dieser Spawner in dem Baum sitzt. Ich werde den einfach von oben abbauen, und die Wechsel. Ach cool, in dem Induction-Furnace kannst du ja sogar wirklich beide Slots belegen, ne? Ja. Dass ihr den gleichzeitig macht, ja, das ist cool. Und da unten kann man noch ein Upgrade reinpacken, oder was? An den Seiten. Also, nee, hier im Induction-Furnace nicht, in dem Measure-Rate geht alles. Was kannst du da unten reinpacken? Nur Batterie oder was zum Beispiel, oder? Ich glaube schon. Ah. Warte, dann müsst ihr mir und meinen Zuschauern gleich auch nochmal erklären. Ja. Nee, das ist exklusiv Content für meine. Auch cool.